Die Frage ist einfach. Sollten wir jetzt sofort aufhören, Gas, Öl und Kohle aus Russland zu beziehen? Ja oder nein? Energieimporte einstellen wegen des Angriffskrieges gegen die Ukraine? Manche sind eindeutig. Wir können auch einmal frieren für die Freiheit. Frieren für die Freiheit. Viele halten das für richtig, aber dennoch sagen sie Ja. Ja, aber. Aus geopolitischer Sicht sehen wir, dass die Abhängigkeit von Russland nicht nur uns angreifbar macht, sondern dass wir dadurch auch mit unseren Geldern diesen Krieg, diesen furchtbaren Angriffskrieg von Putin mitfinanzieren. Das wollen wir nicht und deshalb versuchen wir jetzt so viel wie möglich zu reduzieren, so schnell wie möglich unabhängig zu werden. Das aber liegt in dem Wort unabhängig werden. Wir sind es nicht. Und deshalb waren viele ohne russische Energie sind wir alle betroffen. Es geht um viel mehr als ums Frieren. Die Gefahr für Deutschland ist riesengroß. Ja oder nein? Energieimporte stoppen? Schauen wir genauer hin. Mein Name ist Britta Buchholz und ich versuche das moralische Dilemma so aufzudröseln, dass ihr euch ein klares Bild machen könnt. Erst einmal die Fakten. Deutschland bezieht aus Russland 55 Prozent des Gases, 35 Prozent des Rohöls und 50 Prozent der Kohle. Das sind immense Zahlen. Und was kostet das? Experten meinen, Deutschland zahlt mehrere hundert Millionen Euro täglich. Manche Schätzungen gehen davon aus, dass die EU eine Milliarde Euro zahlt täglich. Ganz ehrlich, da fassen wir uns doch an den Kopf. Wir belegen Russland mit massenhaften Sanktionen und gleichzeitig zahlen wir Millionen für Energie? Während des Krieges? Das kann doch gar nicht wahr sein. Die Bundesregierung in der Chefetage sagt doch. Scholz sagt ein klares Nein zu einem Energieimportstopp. Ebenso Außenministerin Baerbock oder auch Wirtschaftsminister Habeck. Aber diesen Widerspruch, dieses Ja-Aber, dieses Nein-Aber, das wird auch bei ihm deutlich. Ich würde mich dagegen aussprechen, weil wir damit den sozialen Frieden in der Republik gefährden. Wir zahlen ja jetzt schon an der Tankstelle und beim Heizen immense Summen. Und dann zusätzlich ein Frieren für den Frieden? Das ist ein Abwägen zwischen Moral und Verantwortung. Moralische Verantwortung für die Ukraine, wirtschaftliche Verantwortung für Deutschland. Auch innerhalb der Parteien sind sie sich überhaupt nicht einig. Beispiel CDU. In der CDU ist der Vorkämpfer Norbert Röttgen. Der Außenpolitiker ist für einen sofortigen Importstopp. Wir müssen wissen, dass wenn wir die Gas- und Ölimporte weiter betreiben, dann finanzieren wir auf Rekordniveau den Krieg von Putin gegen das ukrainische Volk. Ich habe ihn in der vergangenen Woche interviewt. Also er stand in seiner Heimat an der Dorfkirche. Ein ZDF-Kamerateam hatte vor ihm aufgebaut und ich stellte ihm per Telefon die Fragen. Seine Forderung ist klar. Nur wenn es um die Risiken geht, dann schiebt er den schwarzen Peter weiter. Unsere Versorgung ist gewährleistet, gesichert bis zum nächsten Winter. Die Gasspeicher sind hinreichend gefüllt. Das ist die Aussage der Bundesregierung. Wenn die nicht stimmt, dann muss die Bundesregierung sagen, dass sie die deutsche Öffentlichkeit falsch informiert hat. Tja, in der Union ist es eben auch ein Ja-Aber. Der ehemalige Röttgen-Konkurrent und jetzt Parteivorsitzende Friedrich Merz zum Beispiel, der möchte den Gashahn noch nicht vollständig zudrehen und warnt vor einem Boykott. Die Positionen innerhalb der Parteien gehen manchmal weit auseinander. Wir bekommen allerdings den fachlichen Rat und nehmen wir an, dass das zum jetzigen Zeitpunkt keine Option sein sollte. Das würde sehr kurzfristig zu größten Problemen auch in der Versorgung unseres Landes führen, auch in der Versorgung der privaten Haushalte. Aber es ist nicht ausgeschlossen, dass es kommt. Es kann sogar sein, dass es von russischer Seite auskommt. Also wir sollten auch darauf vorbereitet sein, ohne es selbst auszulösen. Warum diese Vorsicht? Das Wort dieser Tage heißt Versorgungssicherheit. Zwar sind die Gasspeicher wieder gefüllter, aber im nächsten Winter wäre vor allen Dingen die Industrie gefährdet. Der Bundeskanzler schickte am 7. März extra eine Pressemeldung rum, damit allen klar ist, die Versorgung kann im Moment nicht anders gesichert werden. Soll heißen, ein Importstopp könnte bedeuten, wir haben nicht mehr genug Energien zur Verfügung. Eine Woche später war ich bei der Pressekonferenz mit Christian Lindner. Lindner als FDP-Parteivorsitzender. Und er meint, er teilt die Position von Scholz und Habeck und betont, schon jetzt muss es ein Entlastungspaket geben. Schon jetzt muss die Industrie gestützt werden. Und schon jetzt will er einen Krisenrabattkraftstoff, so nennt er das. Und das klingt ein bisschen nach Autofahrerpartei. Einen Borkott jedenfalls lehnt er ab. Und zwar deshalb. Auch wenn es natürlich immer noch eine Option ist, diese Option nicht genutzt werden sollte, weil unsere eigene Durchhaltefähigkeit harter Sanktionen möglicherweise geschwächt wird, ohne dass wir tatsächlich signifikanten zusätzlichen Druck auf Putin ausüben. Okay, nehmen wir das mal. Aber wie werden wir diese Abhängigkeit los? Wie könnte das klappen? Wie ist der Plan? Also da ist ja zum einen die Kohle. Die Braunkohle bauen wir ja noch selbst ab. Aber fast jeden Monat geht ein Meiler vom Netz. Zwar oft mit einer Art Notversorgung, aber eigentlich lege doch jetzt eine Renaissance der dreckigen Kohle nah, oder? Die Ministerpräsidenten der Braunkohlegebiete jedenfalls machen ordentlich Druck. Wir haben Braunkohlekraftwerke, die stabil arbeiten. Und das darf jetzt nicht abgeschaltet werden und damit noch mehr die Abhängigkeit von russischem Gas erzeugt werden. Wir müssen wieder klug miteinander nachdenken. Und ich wünsche mir da eine wirkliche Diskussion ohne Scheuklappen. Eigentlich, um das mal klar zu sagen, geht es um eine Zahl. Im Koalitionsvertrag der Ampel steht nämlich, ein beschleunigter Ausstieg aus der Kohleverstromung soll idealerweise bis 2030 erfolgen. Das war ja ein hart erkämpftes Ziel der Grünen, also diese 2030. Also in genau acht Jahren. Und genau darum wird jetzt gestritten, ob es nicht auch länger dauern könnte. Viele Grüne sind dagegen. Bliebe noch die Renaissance der Atomkraft. Drei Kernkraftwerke hat Deutschland noch. Alle drei sollen Ende des Jahres begraben werden. Der grüne Wirtschaftsminister Habeck prüft nun, ob sie länger am Netz bleiben könnten. Die Betreiber signalisieren Gesprächsbereitschaft. Söder ist dafür. Andere sagen, das lohnt sich überhaupt nicht. Es ist viel zu kompliziert und viel zu unsicher. Hinter den Kulissen, um es klar zu sagen, sind viele Grüne entsetzt. Ausgerechnet die Atomkraft? Nein, danke. Jetzt Atomkraftwerke wieder ins Netz zu bringen, wir auf Sicherheitsvorschriften verzichten, auf Genehmigungen verzichten, das kann doch am Ende niemand in diesem Land ernsthaft wollen. Und eine Alternative für Erdgas? Schwierig. Es ginge das sogenannte Flüssiggas, also LNG, das ließe sich per Schiff über das Meer herschiffen. Käme dann aus Katar und den USA. Natürlich auch keine umweltschonende Methode. Und Deutschland hat noch nicht einmal einen geeigneten Hafen. Der soll nun gebaut werden. Und nun passt mal auf, Bauzeit? Schätzungsweise drei bis fünf Jahre. Und zur Wahrheit gehört ein weiteres Dilemma. Weil wir Putins Energien nicht mehr wollen, umwirbt der Westen jetzt andere Autokratien. Wir wechseln von einem Diktator dann sozusagen zum nächsten. Wollen wir diese Alternative? Katar, Venezuela, Saudi-Arabien? Auch schwierig. Eine Lösung wären die erneuerbaren Energien. Ihr Anteil nimmt ja stetig zu, aber die Wahrheit ist auch, bisher können sie schwerlich russische Importe vollständig ausgleichen. Also wenn wir uns ehrlich machen, heißt das alles, Wenn wir Putin den Gashahn zudrehen, dann bekommen wir erst einmal ein riesengroßes Problem. Wir können zwar versuchen, auf dem Weltmarkt zuzukaufen, aber auch das ist nicht einfach, kann sehr kompliziert werden und wird definitiv sehr, sehr teuer. Bei Twitter streiten die Ökonomen gerade darüber, was würde das denn wirklich bedeuten? Manche warnen vor einer Rezession und einem massiven Wachstumseinbruch. Hier zum Beispiel Tom Krebs. Der schreibt, das ist eine Wirtschaftskrise ähnlich zur Corona-Krise, nur mit sehr hoher Inflation. Andere stimmen ihm dazu und wieder andere sagen, das wird es schon werden, aber es lässt sich auch mit Mehrkosten ausgleichen. Aber am Ende ist das alles Spekulation. Also ich versuche, das mal wirtschaftlich runterzubrechen. Wer was von Wirtschaft versteht, kann jetzt einfach eine Minute vorspulen. Also stellt euch ein Unternehmen vor, das Schließanlagen herstellt. Also das sind diese kleinen Zylinder, die man in die Tür reinmacht, wo dann unser Schlüssel reingesteckt wird. Eine Schließanlage kostet, sagen wir mal fiktiv, 50 Euro bisher. Bis vor einer Woche generierte das Unternehmen 20 Prozent des Umsatzes in Russland. Das ist nun vorbei. Umsatzeinbruch. Dazu kommt, die Herstellungskosten des Unternehmens steigen deutlich, da auch ein Zulieferer aus Russland kam und nicht mehr liefern kann und alle anderen Zulieferer höhere Preise haben, da die Energiepreise ja jetzt schon immens steigen. Bedeutet, das Unternehmen hat höhere Kosten, aber niedrigere Einnahmen. Im fiktiven Beispiel verweigert Deutschland die Annahme von Gas, Öl, Kohle aus Russland. Das heißt, stattdessen beziehen wir aus anderen Ländern teurer eben diese Energien. Und jetzt kommen wir zu einem weiteren Dilemma, das mit dem Beispiel auch zu tun hat. Denn China könnte künftig günstig Energie aus Russland beziehen und teuer an uns verkaufen. Wir würden dann am Ende doch über Umwege wieder Rohstoffe aus Russland beziehen, nur zu einem höheren Preis. Nun könnte die chinesische Konkurrenz ihre Schließanlage statt für 50 plötzlich für 35 Euro anbieten, während die deutsche Firma den Preis deutlich anheben müsste. Alles fiktiv. Aber am Ende agieren fast alle Firmen global. Und im globalen Wettbewerb würde eine Sanktion unsererseits auf Energie massive Auswirkungen haben. Für die Schließanlagenfirma geht es nun real um ihre Existenz, so wie für viele, viele andere Firmen auch. Lobbyisten aus dem Bereich Gas warnen deshalb deutlich. Herr Merz hat den Stopp der Nord Stream 1 Lieferungen ins Spiel gebracht. Das wäre für die deutsche Wirtschaft ein sehr, sehr starker Schlag. Es würde sofort Auswirkungen auf Lieferketten, auf Produktionsprozesse auch haben. Von daher ist das ein Vorschlag, der sicherlich nicht von der deutschen Wirtschaft auch mitgetragen wird. Nur was heißt das jetzt alles? Wirtschaft vor Moral? Sind wir wieder bei Christian Lindner, der meint, ein Boykott würde an der Situation, also dem Krieg in der Ukraine, nichts verändern. Nur unsere Verhandlungsposition wäre geschwächt. Aber auch das umstritten. Tja, und jetzt? Ich habe den Umweltökonom Andreas Löschel dazu befragt. Er berät auch das Wirtschaftsministerium. Er warnt vor zu hohen Preisen und drängt auf den Ausbau der erneuerbaren Energien. Sein Appell? Also man muss jetzt eigentlich so planen, als ob es kein Gas aus Russland gäbe. Entweder, weil Russland den Gashahn zumacht oder weil wir uns entschließen, eben kein Gas mehr abzunehmen. Und ich glaube, jetzt ist tatsächlich das eine politische Entscheidung. Aber was natürlich ein ganz massives Signal wäre auch an die russische Seite. Frieren für die Freiheit? Müssen wir Putin jetzt den Gashahn zudrehen? Ja oder nein? Was ist eure Meinung? Schreibt sie in die Kommentare. Und wenn euch die Folge gefallen hat, lasst ein Like da und abonniert unseren Kanal. Bei meinem letzten Video gab es am Ende einen Gag. Den gibt es heute nicht. Die Lage ist einfach zu ernst. Bis zum nächsten Mal.